Radio RT1 Die Nummer 1 in Augsburg, Stadt und Land. Aufstehen mit dem meistgehörten Radiosender der Region. Montag, Wochenende schon wieder vorbei. Anstrengendes für dich? Ja, nicht wirklich anstrengend. Erste Pyjama-Party für unsere große Tochter Paulina. Die Sex hatte zum ersten Mal eine Freundin zum Übernachten da, also quasi das ganze Wochenende. War sehr schön, auch alles easy. War halt nur ein bisschen spät am Samstag. Bis elf haben die Arschbomben im Bett gemacht. Wir wollten dem Nebel entfliehen und wollten in die Berge fahren und haben meine Tochter Hanna, die ist jetzt drei Jahre alt, hinten im Kindersitz angeschnallt und es ging los und wir saßen um 10 Uhr im Auto und ich war sehr froh, dass wir das erste Mal nach dem Frühstück so schnell im Auto saßen und losgefahren sind. Richtung Sonne. Ja, Richtung Süden runter bis 17 an Hurlach vorbei und Landsberg und der Himmel tut sich auf und es gibt einen strahlenden Sonnenschein. Blau, blau, blau. Bis meine Freundin sagt, halt an, sie hat gekotzt. Kinder geben einem so viel zurück, sage ich immer, sogar das Frühstück. Aber wie, wenn es sein muss. Wenn du in der Stadt parkst, dann kannst du das ja auf zweierlei Art und Weise bezahlen. Du kannst entweder einen Parkschein lösen, den du einfach hinter die Windschutzscheibe klemmst. Oder aber du kannst es auch per Handy machen. Handy parken, Easy Park heißt das Ganze. Da stehen noch immer diese 0800er Nummer auf weißen Schildern überhalb der Parkscheinautomaten. Das Problem ist nur, ich habe jedes Mal Angst, diese Nummer zu wählen. Warum hast du Angst? Ich habe Angst, eine Nummer zu wählen, weil ich weiß, jetzt spricht sie mich gleich wieder so an. Die herrische Ansagerin, wenn du die 0800er wählst. Geben Sie den Zonen-Code ein und beenden Sie mit der Haute-Taste. Mancher Mann mag das ja so angesprochen werden. Ja, aber ich bin neu in dem Geschäft, ich habe Shades of Grey nicht gelesen. Das ganze Leben in einer Show. Dieses Team ist witzig, schlagfertig, schnell und gewandt. Und man hat das Gefühl, es läuft alles so wie am Schnürchen von selbst. Und trotzdem weiß man, dass da Vorbereitung dahintersteckt. Bei so einer Morgensendung ist ja wichtig, dass ich gut aus dem Bett komme. Und dass da nichts Aufgesetztes passiert, sondern dass sich da einfach Leute super miteinander unterhalten. Und dieses Team rund um Daniel Lutz, das macht das einfach perfekt.